hallo liebe freunde hier kommt der zweite teil bzw das zweite video zu den neuen cricket marker plotter und zwar die tools die ich dafür mache heute kommen wir oder jetzt in dem video kommen wir zu diesem tool wie gesagt die farbe ist zweitrangig das ist alles ein prototypen das ist das graviermesser damit habt ihr die möglichkeit mit eurem marker tatsächlich auch gravieren zu können so hier vorne habe ich gerade nicht da deswegen ist es schwierig euch das zu sagen zu zeigen kommt das messer rein dieses wird gerade angefertigt und wird mir nächste woche zugestellt und dann werde ich die messer hier einsetzen dann werde ich euch diesen adapter natürlich mit dem messer dazu verkaufen ihr kennt das vielleicht schon von meinem anderen video wo ich das graviertool für den brother euch gezeigt und vorgeführt habe dieses funktioniert genauso okay also das ist nichts anderes das sieht nur anders aus weil es dann eben bei euch in den schlitten passt wie das gemacht wird zeige ich euch gleich ist kein hexenwerk geht ganz einfach okay wir sehen uns gleich wieder unten am plotter so und nun werde ich euch mal das ganze zeigen wie das jetzt bei eurer marker mit diesem wunderschönen tool funktioniert wie gesagt das messer das graviermesser ist noch nicht da wird angefertigt kriege ich jetzt nächste woche in den nächsten paar tagen wird natürlich dann für euch mit diesem messer entsprechend ausgeliefert gut wie gesagt wir kommen jetzt noch mal hier wieder kurz zu unserer montage das heißt wir nehmen den adapter der hier drin ist raus wir öffnen den ein bisschen weit drücken von hinten mit dem finger und unten drunter und dann können wir den rausnehmen so die setzen wir ein ganz normal bis zum ende machen den zu fertig dann haben wir die möglichkeit das messer was hier drin ist hier da werdet ihr so ein tool von mir bekommen wie ich es im anderen video schon gesagt habe das wird so ein einstellplättchen sein das schiebt ihr dann da drunter so und dann habt ihr die möglichkeit das messer so einzustellen und dann festzuschrauben das heißt wenn das lose drin ist dann könnt ihr hier mit der schraube die da drin ist im muss liegt dabei habt ihr möglichkeit dann den richtigen abstand einzustellen so solltet ihr das dann auch lassen und dann die schraube festziehen und dann passt das so also das ist von mir erst mal voreingestellt ob das dann immer bei euch perfekt passt das müsst ihr dann im einzelnen noch mal rausfinden ist aber auch nicht so schwer okay das kriegt ihr schon hin ja ansonsten gibt es zu dem tool gar nicht so viel zu sagen das ist ein eigenständiges tool das ist auch ganz simpel und einfach gemacht damit könnt ihr auf jeden fall gravieren alles was man gravieren kann inklusive leichte also weiche metalle wie kupfer aluminium sowas kann man mit messing kann man damit auch gravieren acryl auf jeden fall und alle anderen sachen das müsst ihr halt ausprobieren alles was sich im gravieren lässt lässt sich damit dann eben vernünftig gravieren ihr müsst dann auf zeichnen gehen das wisst ihr wahrscheinlich ja auch damit dann auch entsprechende funktion stattfindet und dann könnt ihr feine sachen damit gravieren ich hoffe ich bekomme ein video noch von meiner bekannten dazu die mir das ganze hier toll zur verfügung gestellt hat das ist nicht mein plotter den hat sie mir geliehen für 24 stunden den muss ich morgen leider wieder abgeben deswegen mache ich jetzt doch schon mal videos dazu weil mir die möglichkeit sonst nicht mehr gegeben ist das heißt wir sehen uns jetzt gleich noch mal oben damit ich euch kurz was dazu sagen kann so also ich versuche das jetzt noch mal kurz zu erklären den plotter habe ich von das habe ich jetzt im ersten video schon gesagt ich muss es leider in diesem mal sagen weil nicht jeder sich das video von anfang an anguckt oder sich die videos alle der reihe nach anguckt sondern wild durcheinander den plotter habe ich nur für 24 stunden zur verfügung gestellt bekommen somit bleibt mir nicht viel zeit da irgendwas zu testen ihr wisst dass der marker über ein handy über eine app gesteuert wird dass man sich da registrieren muss und 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 das wollte ich nicht machen weil ich auf diesen plotter nicht wirklich zugreifen möchte er gehört mir nicht er wurde mir nur zur verfügung gestellt deswegen kann ich den nicht in aktion zeigen mit ein bisschen glück wird in diesem video ein kurzes funktionsvideo noch reingeschnitten das weiß ich jetzt im augenblick aber noch nicht das weiß ich erst in den nächsten tagen und dann ist dieses video bereits von mir jetzt gemacht weil ich den plotter morgen wieder abgeben muss und dann wird die dame die den zurückbekommt hoffentlich die tools alle einmal testen kleines video dazu machen mir dieses video zur verfügung stellen und dann schneide ich diesen ausschnitt mit in dieses video rein ich hoffe das ist nicht zu verwirrend für euch aber das ist vom ablauf her leider nicht anders möglich gut also das graviertool nichts dramatisches tolle sache das kriegt ihr so mit einem graviermesser und einem immoschlüssel zusammen wird das dann geliefert ist bei euch in den marker und allen gängigen marke geräten ob es da jetzt ein 1 2 3 gibt und noch einen ähnlichen also alle geräte von Cricut wo diese messer die dabei sind rein passen da passen auch diese adapter von mir rein mit denen ihr dann gravieren könnt ok wenn fragen dazu sind schreibt mir wenn ihr kontakt aufnehmen möchtet es steht in der video beschreibung wie ihr kontakt aufnehmen könnt da könnt ihr mich anschreiben am liebsten über den facebook messenger wenn es für euch möglich ist und ansonsten habe ich jetzt noch zwei tools die ich euch gleich zeigen möchte die werdet ihr dann im video nummer 3 und nummer 4 noch sehen also alles klar achtet bitte immer darauf das muss ich immer wieder sagen dass ihr ich habe einen schraubendreher ihr bekommt ein im bus dass ihr die schraube nicht zu fest macht dann macht ihr den gewindeeinsatz da drin kaputt mit zwei fingern anziehen so dass es gerade fest ist das reicht mehr müsst ihr damit nicht machen wie gesagt stellt euren plotter dann auch zeichnen arbeitet damit wie ihr es kennt und dann könnt ihr hiermit so richtig hübsch auf acryl und sonstige sachen tolle gravuren machen es funktioniert auf jeden fall wie gesagt mit glück bekomme ich ein video schneide ich das hier noch mit zwischen kann ich jetzt noch nicht sagen das seht ihr dann aber ja jetzt und ansonsten sehen wir uns beim nächsten tool im nächsten video macht's gut